2, 1, komm Ja, genau, einfach gar nicht schießen, wenn er nur dabei ist, ey Wie hört das mit dem Granat, weil wir eigentlich verrechnen mit Präzision Ach, ich schlapp, da kriegst du richtig mit, Minus Bin dabei Jetzt? Ganz schön Alarm gemacht dafür, dass er geblendet war, ja Ich brauch schon gar nicht meine Legomachchine, da passiert doch eh nix Ich geh jetzt in die Granat herunter Was ist derzeit? Boah, Alter, ein Dammit-Sendor Alle wollen, keiner dort Das ist ein Dammit-Ange Oh. Ich glaube, dass es manchmal einfach Absicht ist, dass ein Mob weit wegläuft, damit die Firefly sehr lange braucht, bis sie bei ihm ist, damit ich den Cooldown erst sehr spät wiederkriege. Das ist manchmal so... Mäh. Mäh, mäh. Ja. Mäh. Versuch ja schon... ...und da wird nicht angezeigt. Halt. Hast du? Ja. Äh. Und da kommt? Hört. 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 Habt ihr Spoilerransfer? Oh, okay. Joop. Spawn Pick up Noch keine Firefly Komm Zeug weg Hey what the fuck Oh mein Gott Konzentration los man Richtig los heute Hey Jetzt hol ich den Den goldenen Jetzt holt mich der pinke Ok kannst machen Ja boett Oh, okay Oh Schre으로 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 Das war's für heute. Das wird wahrscheinlich wieder bei den Hunden sein. Naja. Da sollten wir auch immer boosten, dass die schneller gehen. Wichtig ist halt nur, dass unten irgendwie clear ist, dass die Wops dann weg sind. Bleib unten wieder. Ich treffe den Hund nicht, den Tank meine ich. Gut, spiele mit dem Spielraum, also mach den Mann. Wir kommen schon. Ich mach meine Firefly ready. Leider geht raus. Jetzt. Oh, Alter. Unten der Nader. Jo. Da hat mich auch erwischt. Da ist noch ein normaler, ein kleiner Ries. Bescheid, Marvin. Bin unten los. Bin unten. Bin am großen. Ja. Schieß den doch. Oh. Das Panzer. Ja. Oder die Panzer. Oh. Da hinten sitzt noch ein Granatwerfer. Mhm. mhm holden verstecken sich da seit dem neuesten extremen da drüben ja ganz wichtig oder folgender wagen rechts oder links 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 oh der wagen der wagen aber hat er ist nicht geblendet hinter dem pass auf doch ach ja ach 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 r a r r r r r r r oh hängen wir noch eine ecke kommt raus mann wieder keine mp beide geblendet empkommt die dürfen nicht zu früh an der tür stehen glaube ich sonst bleiben die komplett hinten drin stehen auch schon jetzt manchmal pushen die ihre und dann wenn die rauspushen finde ich gar nicht schlimm recht jetzt wer war gut wo wollen sie denn hin hinten noch ein roter da kommt wie er läuft und läuft alter obwohl er geblendet ist wie war okay kommt was war das was war das der rucksack war und das war direkt lebensbalken war fast sofort weg ja dann kommt noch mal 8 millionen habe ich denn die ganze zeit gedrückt hier 13,8 13 17 ja also ich habe 13 9 gestoppt hier 13 18 bei mir angezeigt 13 19 im endeffekt das ist passiert mit 13 18